Der Torreigen setzte so plötzlich ein, das war in der zwölften Minute. Schon drei Minuten später ging Ohlhauser auf und davon und ließ Torwart Wolf mit einem zweiten Flachschuss. Keine Chance. Mit einem Schrägschuss Ohlhauser. Abgewehrt. Tor. Ohlhauser setzte den Torreigen fort und erhöhte auf 4 zu 0. Da bekommt Brenninger den Ball. Sein erster Schuss prallte bei einem Berliner ab, doch sein Nachschuss landete dann im rechten oberen Eck. Das 6 zu 0 durch Naftsiger erzielt, können wir Ihnen leider nicht zeigen, da wir zur selben Zeit Kasseltenwechsel vornehmen mussten. Gerade war unsere Kamera wieder schussbereit, fiel ebenfalls durch Naftsiger mit einem scharfen Schuss aus ca. 25 Meter Entfernung das siebte Tor. Schützenkönig Ohlhauser stellte dann das Endresultat mit 8 zu 0 her. Das war der stolzeste Tag der Bayern. Aufstieg in die Bundesliga.